Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Fanshaven. Happy Birthday to you. Wo sollen wir schneiden? Wo du willst. Wo ich will? Okay. Wir feiern heute den 105. Geburtstag unserer Bewohnerin, Frau Johanna Herd. Wir betreuen insgesamt in unseren Pensionistenwohnhäusern in ganz Wien über 40 Menschen, die voriges Jahr ihren 100. Geburtstag gefeiert haben. Und das ist natürlich eine ganz besondere Auszeichnung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich tagtäglich um diese hochbetagten Menschen bemühen in Pflege und Betreuung. Wie geht's dir heute, wenn da so ein Fest ist? Danke, mir geht's gut, weil ich hier beobachten kann. Meine Tante ist ja körperlich noch mobil und liebt es, wenn ich komme, mit dem Rollator hier im Garten herum zu marschieren. Über eine Stunde oft. Jetzt bei der Hitze habe ich oft gesagt, Hanna, wir müssen hineingehen, es ist zu heiß. Nein, nein, ich ertrage das schon gut. Dann bewundert sie die Blumen, Obst, Gemüse, die Goldfische. Sie schauen aus wie eine junge Puppe. Sie haben so eine schöne Haut, keine Falten und wunderschönes Haar. Sie sind eine ganz, ganz tolle Frau, wirklich. Schön, dass es sie gibt und dass sie uns noch lange erhalten bleiben. Alles Liebe. Alles Liebe. Gut. Alles Liebe. Alles Liebe. Alles Liebe. Alles Liebe.